3 2 1 position start halbierer Leute heute zum freitagstok nummer 3 hier fangen wir an hier und so ich habe das Video passiert ich Idiot und ja anfangen wir an hier mit der Nummer eins der Fragen gleich mal vorweg hier Nummer 1 die Hoba Frug hast du eigentlich den Wallhack bei Black Ops 2 selbst gemacht wenn ja wie auf deutsch ist das oder auf höchdeutsch heißt das ich habe eine Frage hast du den Wallhack von Black Ops 2 eigentlich selbst gemacht und wenn ja wie nein dieser ist selbst gemacht von mir und warum habe ich jetzt hier eigentlich gesagt da es kein Wallhack ist das ist nur eine Farge wie ihr in der Beschreibung ganz unten richtig fett lesen könnt aber da keiner von euch die Beschreibung irgendwann mal lesen wird dachte ich mir ich mache das und hat es auch gebracht ich habe auf diesem Video glaube ich 300 Aufrufe dann hier zu der zweiten Frage Frage Nummer 1 darf ich mal ein Gastcommentary machen ja natürlich darfst du Gamerfreak ein Gastcommentary bei mir machen Frage Nummer 2 hast du Lust XG zu joinen weil wir suchen noch BZL oder QLi da ja ich bin jetzt BZL bei XG wenn ihr Lust habt könnt ihr natürlich gern join und ja hier dann zu der dritten Frage ich weiß heute muss ich ein bisschen schneller machen da ich nicht so viel Zeit habe tut mir leid Leute aber ich lese euch natürlich die dritte Frage vor Nummer 3 machst du auch Live Commentaries ja ich mache auch Live Commentaries ab und zu ich habe früher mehr Live Commentaries gemacht jetzt werden sich viele von euch denken ja jetzt hackst du auch mehr ja nee ich hätte nicht ich kann gerne wieder mal diese wochen Live Commentaries machen mal schauen was ich so noch raus hau und jetzt haben wir noch zwei Fragen eine Frage wäre dann noch ähm Nummer 2 wieder Nummer 2 warum lass du das R immer so gurgeln warum lass ich so gurgeln wenn du das so gurgeln dann ähm es ist einfach so ein Gewohnheit von mir wenn ich auf Hochdeutsch rede dass ich meinen R irgendwie so mehr weglasse ähm ja ich hoffe euch gefällt das wenn euch das nicht gefällt dann sagt mir das und ich werde das vielleicht nicht so machen und jetzt noch eine einzige Frage die mir persönlich wieder gestellt worden ist in der Schule was ist eine Lieblingswaffe also meine Lieblingswaffe ist ganz klar ein MW3 da ich ja auch MW3 gefragt worden bin die ACR mit Schalldämpfer das waren meine 5 Fragen am Freitagstag Nummer 3 ihr könnt mich gerne abonnieren kommentieren like dieses Video wenn ihr es cool findet ich erreiche hier noch den Ospreys Spiel da habe ich das mit der Barrett 50 Kölner und als zweite Waffe den Revolver ich habe alle beide eingesetzt und habe auch alle drei Abschüsseeren wie den Heli, den Payflow und den Ospreys geschafft ja das war eigentlich jetzt alles zu diesem Video ihr habt ihr Lust am Freitagstag dabei zu sein dann schreibt mir das in die Kommentare eh nicht weiter ab Toob 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 PTSD